435 Millionen Pizzakartons werden in Deutschland jährlich verbraucht und landen im Müll. Und wir würden gerne mit Receipt diese Zahl minimieren, indem wir Mavic-Verpackungen ins System bringen. Dem Gastronomen bieten wir mit Receipt ein ganzheitliches Konzept, alles aus einer Hand. Das heißt, wir stellen die Pizzaboxen kostenfrei zur Verfügung. Der Gastronom zahlt nur eine Nutzungsgebühr je Ausleihe und wir stellen eine Pfandfreie digitale Ausleihe zur Verfügung per App. Und darüber hinaus natürlich mit der Hobart die Partnerschaft, dass man die Spülmaschine verwenden kann, um die Boxen zu reinigen. Die Mavic-Boxen können bis zu 100 Mal gespült werden. Was für uns natürlich sehr essentiell ist, ist, dass die Boxen trockener aus der Maschine rauskommen. Und da bietet Hobart einfach eine optimale Lösung für uns, dass die Maschine sowohl mit dem Klarspüler, der verwendet wird, als auch mit dem Trocknungsprozess der Maschine die Boxen so rauskommen, dass sie direkt nach dem Spülprozess wieder zusammengepackt werden können. Im Anschluss, wenn der Lebenszyklus dieser Box vorbei ist, werden wir das verwendete Material zu 100% recyceln und dann weiterverwenden können, um neue Produkte zu entwickeln. Bis zum nächsten Mal.